Und dann haben wir hier noch ein Newsting hier, Security Dragon Link 2 Licht Es ist eine Promo-Karte, Leiber Auch zwei Monster, einfach nur oben unten Link Marker Und wenn diese Karte es Co-Linked Einmal während sie auf dem Feld ist Kann man ein Monster des Gegnerischen, also vom Gegner kontrollieren Also was der Gegner kontrolliert und die Hand zurückschicken Ja, es ist so wie Firewall Dragon Nur halt ein bisschen schwächer, aber Man muss es irgendwie vom Feld wieder bringen Und wieder her, dass der Effekt nochmal geht Das ist das Schwierige eigentlich Okay, das war's dann für den ganzen News Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal